Hallo, hallo! Mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge möchte ich dir Frida Kahlo vorstellen. Let's go! Frida Kahlo war eine mexikanische Malerin und zählt ja doch durchaus zu den mitbedeutendsten Vertretern des Surrealismus und außerdem der neuen Sachlichkeit. Die neue Sachlichkeit, das war sozusagen eine Art Rückbesinnung darauf, dass eben das, was real ist, auch irgendwie sichtbar ist. Also alles Reale manifestiert sich irgendwann, irgendwie, also auch wenn es vorher unsichtbar waren, ja, also Gedanken, Energien, irgendwann werden die ja sichtbar in Handlungen, in Taten oder auch in unterlassenen Handlungen, die aber auch irgendwo irgendwie irgendwann Konsequenzen nach sich ziehen. Und ja, letztlich war die neue Sachlichkeit eben der Fokus auf das, was dann sichtbar ist, also sozusagen die Ergebnisse von dem Unsichtbaren. Also so dieses ganz klassische, das ist sachlich, das ist neutral, das sehe ich, das siehst du, alles klar, okay. Weshalb mich Frida Kahlo so inspiriert und beeindruckt ist, weil sie extrem verklatscht war. Also man kann es nicht leugnen, sie hat eigentlich ihr ganzes Leben in ihrer Kunst verarbeitet und so ist das ja bei allen Künstlern, dass die alle auch ein bisschen verrückt sind. Und einen Überschuss an Energie haben und das dann irgendwie, ja, natürlich ausleben müssen, aber irgendwo auch rein investieren müssen. Frida Kahlo's Lifestyle gefällt mir insofern, als sie einfach immer gemacht hat, was sie wollte. Also sie hatte einen krassen Work-Life-Flow, ja, sie wurde 1907 geboren und hat dann später einfach nachträglich ihr Geburtsjahr auf 1910 geändert. Nämlich, weil da die mexikanische Revolution begonnen hat und sie wollte damit eben betonen, hey, mein Leben hat erst begonnen, als diese Revolution gestartet ist und deswegen bin ich tatsächlich eigentlich 1910 geboren, obwohl sie eigentlich, also in der Realität, in der echten Realität schon drei Jahre alt war. Diese Revolution in Mexiko hat für ihre Familie viele finanzielle Schwierigkeiten bedeutet, ja, man musste das Haus mit einer Hypothek belasten und auch einiges verkaufen, um an Geld zu kommen. Und, ja, letztlich hat sie daheim dann natürlich auch viel an diesen Schwingungen und Stimmungen mitbekommen. Sie hat sich schon früh für Fotografien interessiert, auch für das Beobachten von der Natur und auch eben für das Entwickeln von Fotos, also für die Technik davon. Und letztlich war das auch ihre Rettung, diese ganzen Interessen und Kompetenzen, die sie schon früh erworben hat, weil sie als Kind dann an Kinderlähmung erkrankt ist und später dann auch noch einen schweren Busunglückunfall hatte und, ja, dann sehr lange Zeit auch in einem Stahlkorsett verbringen musste und letztlich sich auch in ihre Fantasiewelt, in ihre Imagination fliehen musste. Also es gab auch keine Alternative und diese Kreativität und, ja, Vorstellungskraft wurde eben schon zu Zeiten, wo sie noch gesund war, gefördert und, ja, konnte sozusagen damit auch nochmal verstärkt ausgebaut werden. Ich persönlich denke, dass sie ihrer Zeit voraus war und auch so connected war mit dem, ja, kollektiven Unterbewusstsein, dass sie sozusagen all das, was sie irgendwie instinktiv gespürt hat, in ihre Kunst hat einfließen lassen. Also sämtliche negativen Emotionen, ja, also all das, was du dir vorstellen kannst, was eben auch so gefühlt wird von Individuen vor einer Revolution, ja, das ist eben oftmals mit Wut verbunden, aber auch Angst, aber irgendwie auch Zuversicht. Also so eine hybride Energie, nenne ich das mal, so ein Mischmasch aus Power und Force. Und ich persönlich denke auch, dass sie eine Vorreiterin war der Bewusstseinserweiterung in der Kunstszene, denn sie hat Anfang der 1940er Jahre die Bedeutung ihrer Farben in ihrem Tagebuch niedergeschrieben, die ich dir im Folgenden präsentieren möchte. Sie sagte, grün ist ein warmes, gutes Licht. Rötliches Purpur ist aztekisch und, ja, die lebendigste und auch älteste Farbe. Braun ist die Farbe vom Muttermahl, also die Erde ein vergehendes Blatt. Gelb bedeutet Wahnsinn, Krankheit, Angst, aber auch ein Teil von Sonne und Freude, also auch sehr ambivalent. Kobaltblau bedeutet Elektrizität und Reinheit sowie Liebe. Schwarz heißt gar nichts eigentlich, weil absolut schwarz ist nichts in ihrer Welt. Also nichts ist wirklich schwarz, alles hat immer noch irgendwo einen anderen Schimmer in sich drin, deswegen gibt es schwarz so in ihrer Welt nicht oder in ihrer Wahrnehmung. Laubgrün, das sind Blätter, Trauer, Wissenschaft und ganz Deutschland hat diese Farbe, finde ich sehr spannend, dass eine mexikanische Künstlerin Deutschland als Laubgrün bezeichnet oder das so interpretiert. Grünliches Gelb, noch mehr Wahnsinn und Geheimnis und sämtliche Gespenster, also ich nenne das mal unsichtbare Energien, tragen Anzüge in dieser Farbe oder zumindest eine ähnliche Farbe. Dunkelgrün ist die Farbe von schlechten Nachrichten und guten Geschäften, Marineblau ist die Entfernung, aber auch Zärtlichkeit und Magenta weiß man nicht so genau. Also hochspannend, eventuell kennst du auch den Begriff der Synesthesie, also wenn Töne süß schmecken, Buchstaben oder Zahlenfolgen eine bestimmte Farbe erzeugen, wenn Töne nicht nur klingen, sondern auch gleichzeitig schmecken. Also das bedeutet sozusagen, dass verschiedene Sinneseindrücke sich zu einer Wahrnehmung vermischen und dann natürlich auch vom jeweiligen Gehirn interpretiert werden, weil da dann die Filter sind und letztlich so dann auch die Realität entsteht. Ich persönlich denke, dass Frida Kahlo aufgrund ihrer Leidensgeschichte, also aufgrund ihrer vielen Krankheiten, aber auch aufgrund ihrer Vorstellungskraft eine enorme Power Energy hatte. Und Mexiko, also alleine auch die spanische Kultur, mexikanische Kultur, die spanische Sprache, ja, all das ist Power Energy und ich persönlich glaube, sie ist total unterschätzt und bekommt irgendwann nochmal so einen richtigen Hype, einfach weil diese Frau Dinge wahrgenommen hat, auf einer Frequenz, die vielen oder den meisten zu ihrer Zeit verborgen war, weil sie aus meiner Perspektive einfach ihrer Zeit voraus war, also sie war sehr avantgardistisch, auf einer hohen Frequency unterwegs, hat Dinge gespürt und wahrgenommen, die andere eben nicht wahrgenommen und nicht gespürt haben. Das ist ja auch oft so das Schicksal der Künstler, dass sie als verrückt geframed werden und unverstanden sterben müssen, aber im Nachhinein wird man sie dann immer doch irgendwie verstehen und zumindest die Kunst respektieren und ja, letztlich dann auch immer so eine Frage natürlich des Framings und der Perspektive. Die Frage ist natürlich auch immer, was ist Kunst, wozu dient Kunst? Ich persönlich finde, Kunst ist wichtig, Kunst ist Power Energy, Kultur ist Power Energy und mit dieser Podcast-Folge möchte ich dich dazu ermutigen, dich auch mehr mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen, auch von anderen Nationalitäten beispielsweise und das natürlich in sämtlichen Bereichen, ja, nicht nur die Malerei, auch die Musik natürlich oder Töpferei, es gibt ja so viele verschiedene Branchen und ich persönlich denke, wie gesagt, Kunst und Kultur sind Power Energy und man muss auch immer natürlich die Kunst in dem Kontext betrachten, wo sie entstanden ist, also was ist da gerade an Zeitgeschehen gewesen, ja, was war politisch los, was war wirtschaftlich los, wie war die Lage, was haben diese Menschen durchgemacht im Leben, weil du natürlich immer geprägt wirst, ja, und dann das, was du wahrnimmst und erlebst, das dann ja auch irgendwie wieder ausdrückst, also ein Wechsel von Power und Force, von Impressionismus und Expressionismus und letztlich ist das ja auch gesund, weil, ja, letztlich die Kunst eine Art Selbstausdruck ist, aber auch natürlich ein Spiegel vom kollektiven Bewusstsein und das wird dann aber meistens erst später entdeckt und gerade jetzt in Zeiten, wo künstliche Intelligenz auch Kunst abnehmen kann und selber Gedichte schreiben kann, selber malen kann und so weiter und so fort, ist es natürlich spannend, inwieweit man auch da etwas spürt oder sich zutraut oder sich selbst erlaubt, etwas zu spüren, im Wissen, dass das gar kein Mensch geschaffen hat. Das ist natürlich hochspannend, wie die Bedeutung der Kunst und Kultur in Zeiten von künstlicher Intelligenz sich auch wandelt, weil nicht alles, was etwas in dir auslöst, hat etwas zu bedeuten. Ja, also du kannst eventuell einen Text lesen, ja, der Maler war traurig und dann hat er das gemalt, dann sagst du, ah, schön, verstehe ich und später erfährst du, das war nur ein Trick, da hat überhaupt kein Mensch dahinter gesteckt, das war eine künstliche Intelligenz und da wurde einfach per Zufallsprinzip irgendwas auf die Leinwand geklatscht. Ja, und das ist natürlich spannend, weil du hast ja trotzdem etwas empfunden in dem Moment, aber eigentlich war es eine Illusion und letztlich wirft uns die künstliche Intelligenz natürlich auch wieder auf uns selbst zurück, das, was wir in Kunst und Kultur reininterpretieren und drauf projizieren, das ist ja letztlich auch immer ein Teil von uns und deswegen, finde ich, ist es eben so wichtig, dass man sich mit Kunst und Kultur auseinandersetzt, weil ich finde, wie gesagt, aus meiner persönlichen Perspektive, dass man dabei immer auch Facetten von sich selbst kennenlernt und eben, wie gesagt, die Perspektive wechselt, sein Bewusstsein erweitert, andere Sichtweisen gewinnt andere Mindsets und einfach schaut, hey, so kann man auch denken, so kann man auch fühlen, es gibt verschiedene Realitäten und gerade, wie gesagt, die Künstler haben da eben von der Frequency her nochmal, sag ich mal, mehr Möglichkeiten und mehr Einblicke und natürlich auch Chancen, das Ganze dann zu verwerten und der Welt zu präsentieren. In diesem Sinne wünsche ich dir also ein großes Interesse an der Kunst und der Kultur, wie gesagt, bitte auch von anderen Nationalitäten, von anderen Ländern, oft auch welche, die dir komplett fremd sind, weil du, wie gesagt, in der Fremde auch immer irgendetwas Vertrautes findest, immer etwas, was dir bekannt ist, denn der gemeinsame Nenner ist eben, dass wir alle Menschen sind und Menschen wollen immer irgendetwas und selbst, wenn die Kunst von einer KI kommt, bedeutet das ja trotzdem, dass die KI das deswegen so macht, weil sie auf bestimmte, ich sag mal, Parameter und Algorithmen zurückgreift, die eben darauf basieren, dass schon so viel Kunst und Kultur existieren, auch digital. Ja, also hochspannende Thematik meiner Ansicht nach. Deswegen, Kunst und Kultur sind Power Energy. Gönne dir Kunst, gönne dir Kultur. In diesem Sinne, gib bitte eine Villa. Bewusstseinserweiterung ist Power Energy. Ciao. Bis dahin.